hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen tutorial und in diesem zeige ich euch heute wie man über seinen android smartphone offline navigieren kann das geht hier natürlich ganz einfach mit google maps was wahrscheinlich auch so gut wie jeden android smartphone installiert ist ich gehe links oben ins menü rein und finde dann relativ weit unten meine offline karten hier wähle ich einen bereich meiner karte aus zum beispiel so kann da auch noch heranzoomen oder weiter weggehen und dann mit rechts unten herunterladen die karte auf meinem smartphone speichern das problem hierbei ist die größe ist relativ stark eingeschränkt also ich habe immer nur einen kleinen ausschnitt aber nie zum beispiel ein gesamtes land und da gibt es andere apps die das besser können wie zum beispiel die alternative hier wie go der link zu dieser app ist wieder unten in der video beschreibung drin und hier gehe ich gleich mal links oben ins menü rein und sehe mittig den punkt app offline verwenden kann ich ausschalten und wieder anschalten und sobald dieser punkt angeschaltet ist werden überhaupt keine daten übertragen also weder wenn man im wlan drin ist noch wenn man über die mobilen daten diese app verwendet das ist dann zum beispiel wichtig wenn man in einem land ist wie zum beispiel der schweiz wo noch hohe roaming gebühren anfallen gehe ich nun auf den punkt karten herunterladen der sich direkt unten drunter befindet sieht man hier in meinem fall habe ich schon deutschland auf meinem handy drauf ich kann hier unten auf dem button weitere herunterladen klicken muss dann online gehen und nun kann ich hier in ein kontinent reingehen zum beispiel europa und mir hier die schweiz aussuchen herunterladen und sobald der download fertig ist hätte ich die schweiz lokal auf meinem smartphone abgespeichert und kann dann das ganze hier wieder auf offline stellen und meine karte offline verwenden ansonsten ist es hier wie go eine ganz normale navigation wo ich mein ziel festlegen kann hat eine gute routenführung und was auch bei google maps nicht existiert man hat hier eine geschwindigkeitswarnung und eine geschwindigkeitsanzeige also das auch noch mal so ein kleiner vorteil ja ich hoffe ich konnte euch damit etwas beibringen bis dann